Was geht ab zu YouTube? Ich bin's wieder, euer 66 Flake. Heute mit dem angekündigten Opening vom Naruto Starterdeck hier, was ich für den exorbitant hohen astronomischen Wucherpreis von 1€ von Nino in Magdeburg erstanden habe in der hellen Welt. Echt ein klasse Laden und wir schauen mal direkt rein. Ich habe dem Deck hier schon einen kleinen Cut verpasst, sodass ich leichter reinkommen kann. Und schauen wir mal, was uns erwartet hier im Naruto Structure Deck. Geht hier an der Seite auf, ob man was weiß. Jede Menge Papier. Das kennen wir schon vom Yu-Gi-Oh! So, und so wie das aussieht, können wir das ja alles rausziehen. Okay. Jawohl. Und da haben wir ja auch schon den guten alten Naruto, Uzumaki und Schattendoppelgänger. Ich muss das mal richtig in die Kamera halten hier. Ist ja einfach mit so einer Banderole verpackt. Ist auch mal was Neues. Und wir gucken erstmal, was wir hier noch drin haben. Das scheint eine Spielanleitung zu sein. Genau. Vom Naruto-Karten-Spiel. Was natürlich kein Mensch spielt. Und hier dann eine Unterlage, so wie es aussieht. Und ein Poster. Okay. Ist auch mal was Neues hier. Nachbarins. Sage's Legacy. Okay. Das ist dann hier die Spielunterlage. Vom Naruto-Kartgame. Okay. Kampf-Belohnung-Bereich. Talon-Bereich. Ablage-Stapel. Und Chakra-Bereich. Das scheint ein echt richtig cooles Spiel zu sein. Dann werden alle Naruto spielen und auch von Yu-Gi-Oh zu zocken, würde ich behaupten. Nein, nicht wirklich. Also gucken wir mal rein hier. Naruto, Uzumaki und Schattendoppelgänger. Die Holo-Karte. Sieht jetzt nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Dann geht das hier weiter mit dem Purvi Sage. Die Jiraiya. Dann Hayate, Gekko. Einmal der Rock Lee. Tiba. Naruto, Uzumaki und Rock Lee. Dann Mikoto, Ushia. Nochmal der Gekko. Akamaru. Endehaus. Dann hier haben wir nochmal einen Kiba. Hier den Kakashi mit einem Lightning Blade. Natsui. Also straft mich nicht, wenn ich die Namen falsch ausspreche. Ich habe wirklich nicht so viele Folgen Naruto geguckt. Iruka. Nochmal Akamaru. Nochmal Naruto. Okay. Nochmal Kakashi. Arashi Fuma. Nochmal Iruka. Team Konohamaru. Nochmal Naruto. Nochmal der gute alte Purvi Sage. Dann nochmal Arashi Fuma. Wieder Rock Lee. Nochmal Team Konohamaru. Wieder der Naruto. Und jetzt kommen ja anscheinend ein paar andere Karten hier. Shuriken. Feuerversteck. Selbstmordaktion. Mishiro Tsuki. Rasengan. In your face. Briefbombe. Der dritte Hokage. Auch er ist anfällig gegen Sexy Jutsu. Selbstmordaktion. Der tödliche Kampf. Wogt hin und her. Okay. Rasengan in your face. Tsunades Vermutung. Wichtiges Versprechen. Jede Menge Energie. Der tödliche Kampf. Wogt hin und her. Genma. Kiki. Sieht auch lustig aus. Bemerkenswertes Wachstum. Wiedersehen mit dem einzigen Lehrer. Genau wie ziehende Wolken. Genma. Noch ein Kiki. Noch ein Shuriken. Noch ein Feuerversteck. Rasengan in your face. Und noch so ein Michiro. Also nicht verklärt hier. Also wirklich ein Haufen Karten, den man für 1 Euro bekommt hier vom Nino in der Heldenwelt Magdeburg. Gehen wir nochmal schnell durch. Am coolsten sind auf jeden Fall hier Rasengan, die Naruto Karten. Gefällt mir. Also Akamaru ist auch immer sehr beliebt bei mir. Probably Sage ist auf jeden Fall auch totally funny. Und Kakashi mit ner Lightning Blade. Auch immer ne gute Sache. Würde ich behaupten. Keine Ahnung was die Karten können. Interessiert im Endeffekt auch keinen für den Preis. Ja und das war's Opening vom Naruto Starter Deck. Gebt mir mal ein paar Likes und Kommentare. Würde mich freuen. Bleibt dran. Euer 66 Flake. Musik. Gebt mir auf